Biodeutsch. Unter dem Begriff Biodeutsch findet man im Duden. Der Begriff Biodeutsch bezeichnet eine territoriale Verdichtung, einen durch ein anthroposophisches Reinheitsgebot realisierten Zustand einer als homogenes Naturgebilde zu fassenden monokulturellen Akkumulation von Leichen, die diesen Zustand identisch setzen mit der kontinuierlichen Präsenz in einem vertraglich gefassten Territoriums namens Deutschland. Die starke Bezugnahme auf die Biologie deutet an, dass besagte Gruppe sich auf einen Naturzustand rückbezieht, der vor der vertraglichen Manifestation Deutschlands im Jahr 1871 liegen müsste. Um Spekulationen über einen archaischen Urgrund der besagten Gruppe einzuschränken, hat man sich allerdings intern darauf geeinigt, dass es einer Reproduktionskette von fünf Generationen innerhalb des als Deutschland bezeichneten Territoriums, also circa 150 Jahre, bedarf, um biologisch als Deutscher zu gelten. Sieht man von einer äußerst marginal vorkommenden Gruppe von Personen ab, die schon in den 1990er Jahren als Biodeutsche bezeichnet wurden, würde sich der Reichsgründungsakt vor 150 Jahren direkt mit dem Aufkommen dieses spezifischen Sonderfalls der Evolutionsbiologie zeitlich überlappen. Es gibt verschiedene Untergruppen, von denen insbesondere die sogenannten Identitären durch rituelle Praktiken wie das Reinigen von Kriegsmahnmalen am kulturellen Erbe für ihresgleichen arbeiten. Auf einer Ausweitung dieser rituellen Praxis auf Friedhöfe von unbekannten Soldaten wurde nach ersten Erwägungen verzichtet, da man aufgrund der explosionsbedingten Vermengung von Körpern nicht sicherstellen konnte, ob nicht Leichenteile verschiedener Nationalitäten in einem Grab vorzufinden sind und eine Identifizierung deshalb ausgeschlossen werden musste. Erschwerend kam hinzu, dass nicht mit Bestimmtheit festgestellt werden konnte, ob der Leichnam nicht zu einem Familienstrang gehörte, der sich im besagten Territorium erst nach 1871 ansiedelte. Trotz der proportional steigenden Möglichkeiten, mit jeder neuen Generation mehr Menschen in Deutschland als biodeutsch zu identifizieren, scheint sich die Bekenntnislage zu einer möglichen Zugehörigkeit negativ zu entwickeln, sodass mit dem Verschwinden der Gruppe in den nächsten zwei Generationen zu rechnen ist.